Hi und willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Heute spricht man wieder Lego The Hobbit. Im Chat sind ein paar Leute, die ab und zu eventuell etwas sagen. Keine Ahnung. Und die Facecam ist groß und letztes Mal ist die Crash. Und jetzt muss ich wieder umstellen, weil ich werde wahrscheinlich wieder verkacken werde. So. Hallo, verkacke ich? Ich verkacke, weil die Hotkeys nieder nicht gehen. Ein Traum. Oh, Mann. Super stressig. Ach, ich bin jetzt hier unten bei euch. Ja. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Wenn du zu den Trollhöhen möchtest, muss ich dich enttäuschen. Ich wollte die Brücke reparieren, aber schon beim ersten Griff habe ich mir den Rücken verrenkt. Das ist ganz schön peinlich, ehrlich gesagt. Wenn du es sehr eilig hast, kannst du die Brücke vielleicht selber fertig bauen? Jupp. Habe ich die Materialien dafür? Äh. Zack. Mist, mir fehlt ein Stein. Mir fehlt ein Stein. Und wird zu gerne im Hintergrund diese Discord-Benachrichtigungen aufzustellen. Überstressige Sache tatsächlich. Aber ich bin los und weint, wie das geht. Für Stein würde ich suchen. Also, ich glaube, es kann jeder mitreden. Ja, also eigentlich war der Plan, dass... Also, willst du da ganz viele durcheinander reden? Oder willst du, dass drei Leute hier drin sind, weil wir sind kurz zu dritt? Also, eigentlich war der Plan in Lego, dass ich alleine bin. Aber jetzt hat sich so entwickelt. Keine Ahnung. Oh, da bin ich wieder moin. Du bist, wie er da bist. Kuss. Ach, das muss ich ja nochmal hören. Also, schmiede mir ein... Ach, ich weiß nicht. Ein Mithril-Hühot-Stab? So was gibt es doch, oder? So. Da brauche ich eine Schaufel. Habe ich nicht. Ich will das Schwein rein, bitte. Hallo. Danke. Habe ich nicht hingeguckt, wo ich hin muss. Egal. Vermute mal hier rein. Ne. Darfst du gar nicht in die falsche Richtung. Super. Ein Traum. So. Ich würde gerne mitreden, aber wenn es nicht... Aber wenn es nicht geht, dann natürlich nicht. Na, es geht ja. War zwar nicht geplant, aber es geht. Ne? Achso, stimmt. Ich wollte Stein farmen. Musste Stein farmen. Ich weiß, dass ich nicht gerade genau so trinke. Maximal drei. Okay. Wenn du was so sagst. Dann maximal drei. Weiß ich nicht. Also, meinetwegen kannst du rein? Aber wenn Drachenbuschel macht ja mal drei Schalt. Keine Ahnung. Oh, klar, mach ich doch. Gehen an den Leeren. Falsche Richtung. Na, aus der bin ich gekommen, oder? Ja. Brauchst du nur ein paar Steine. Alles hier schönes. Wie Pelego-Figuren. Ein Traum. Und hier kann ich scheinbar Dinge verschieben. So wie es aussieht. Ne, äh, brauch ich ihn hier, ne? Weg. Sehr schön, passt. Aber wo ist denn der Rest? Ich glaube, ich brauche gar nicht mehr. Doch. Brauche ich. Gehe ich halt wieder. Wo ich so schlecht bin, wusste ich das natürlich nicht. Aber egal. Halte Richtung Lost. Ist jetzt die Frage, wofür du das gerade machst, was du da gerade machst. Keine Ahnung. Einmal gibt es jetzt... Darum kannst du nur ein Charakter kaufen. Echt? Was? Woher weißt du, dass der Boss... Weil ich hab das Spiel dreimal auf 100% durchgespielt. Stimmt. Hast du ja geschrieben. Dann zieh ich da wieder durch. Kann ich mir sonst da momentan nicht leisten. Ich muss auch... Weißt du, wo eine Schmiede ist, wo ich mir das Zeug für den Stuttgart 2 craften kann? Das musst du bei diesen Aufgaben... Da gibt es so Aufgaben. Dann musst du für diese Aufgaben Sachen schmieden. Und die Leute geben dir dann als Belohnung so ein Stuttgart 2. Aber ja, weil wo ich die Schmiede. Also wie kann ich schmieden? Man hört dich doppelt. Echt? Keine Ahnung. Echt? Also bei mir ist es nicht so. Wie schmied ich denn? Schmieden kannst du in Bré. Dann muss ich nach Bré. Ja, von da kommst du gerade. Bisschen ist mir auch gefallen. Aber um schmieden zu können, musst du auch, glaube ich, wieder eine Aufgabe machen. Dann mach ich erstmal Story weiter. Das ist eine gute Idee. Hallo. Nee, sorry, mein Sound ist top. Okay, super. Hi. Dieses Fragezeichen da. Hi, Linda. Ja, hallo. Moin. Also es ist ein Fragezeichen mitten in der Stadt. Und da muss ich hin. Nicht zu dem Fragezeichen. Mann, recht. Das ist, ähm, da musst du halt, bei diesem Fragezeichen, musst du halt, kriegst du einen roten Stein. Hm. Dafür musst du halt diesen Stab halt schmieden. Das weiß ich, das weiß ich, aber ich bin gerade lost und kann man, ich bin zu dumm, die Markierung wegzumachen. Du kannst einfach die Markierung wegmachen. So. Hidden. Achso, Ziel löschen, X. Ganz ganz schön. Du musst halt über die Brücke, ne? Na, aber da brauch ich Stein. Das ist ja Farmen. Ganz leicht. Mach ich. Ja, 25 brauche ich. Das ist ja einfach ein bisschen Steine kaputt machen, dann hast du das. Sehr schön. Jetzt hat man den Charakter wie ein Traum. So. Kannst du natürlich später noch einen Sheet finden, damit du, dann kriegst du halt noch viel mehr. Was ist denn das Doppelte? Ich mach mal, ich mach mal RT. Schnell bauen. Ich hab nicht aufgepasst. Äh. Äh. Ich bin, ich bin richtig schlecht. Du wirst gefragt, wie ein Tag so war, du lecker. Ja. Also scheinbar bringt schnell bauen und langsam bauen nichts. Also ich seh keinen Unterschied. Äh. Zack. Äh. Da. Und da. Nein. So. Sehr schön. Hab ich ja fast, ähm, müsste das Brücke gewesen sein? Brücke gewesen. Vermutlich. Ja. Sehr schön. Bei dir sah das wie ein Kinderspiel aus. Jetzt ist mir alles noch peinlicher. Aber das ist nicht wichtig. Dank dir gibt es wieder einen Weg zu den Trollhöhen. Hier. Ich wurde im Voraus bezahlt. Aber es ist nur fair, wenn... Und jetzt musst du ein Level spielen, was eins meiner Hasslevel ist. Ein Traum. Ein Hasslevel spielen. Kann mir nichts besser aus vorstellen. Ja, das sind halt die Riesen, ne? Man kennt's halt, ne? Ich nicht, weil ich lost bin. Kennst du die Filme nicht? Nee. Ich krieg auch meine Facecompie aus, weil ich scheiße bin. Sekunde. Ganz, ganz peinlich. Sekunde. Mit einer Cutscene einfach anhalten. Du kennst die Filme nicht? Äh, ich hab sie... Ich hab sie früher mal gesehen, aber ich weiß gar nicht mehr, wie... Äh, wie das da läuft. Also ich hab schon eigentlich alles vergessen, kann man sagen. Niemals ein Lego-Spiel spielen, wenn du den Film nicht mal kennst. Das ist ja voll der Spoiler. Weil die Filme sind immer besser. Doch das Haus war offensichtlich nicht... Dafür ist Lego witziger. Das ist Katz-Sinn wichtig. Wir schlagen dir unser Nachtlager auf. Ich glaube, es wäre klüger, weiter zu ziehen. Wir könnten zum verborgenen Tal reiten. Wir gehen nicht in die Nähe von diesem Ort. Wir haben eine Karte, die wir nicht lesen können. Herr Elrond könnte uns helfen. Ich brauche keinen Rat von denen. Alles in Ordnung? Gandalf, wo willst du hin? Was machen genug Zwerge für einen Tag? Kommt er wieder? Was ist los? Trolle. Wir haben Mürte und Minzi. Sie werden sie fressen. Wir müssen was unternehmen. Als unser verbürgter Meisterdieb... ...könntest du der Sache doch nachgehen. Ich hab keine Angst. Ich bin bereit. Ist das wirklich so eine gute Idee? Mir passiert nichts. Wir sind direkt hinter dir. Oh, gestern Hammel, heute Hammel. Und verdammt mich, wenn's morgen nicht schon wieder Hammel gibt. Du kannst ihn vorbei, super. Stopp, denn keiner Hammel. Du solltest die Untertitel machen. Warum? Damit Leute, die vielleicht keinen Ton anhaben oder Leute, die nichts hören, einfach nur... ...einfach mal die Untertitel anmachen. Okay. Alter, ich muss das erstmal auf Untertitel in den Folgenabmoderation machen. So. Ich krieg's mal wieder nicht hin. Meine Hotkeys sind mal wieder. Scheiße. Oh man, Alter, ich hasse diese Hotkeys. Ich mach's einfach ohne Facecam-Groß stellen. Abmaus, sonst musst du danach schon umstellen. Dann würde ich sagen, war's die Folge. Wär's dir gefallen. Lass doch gerne. Da hoch da. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und dann bis zum nächsten Mal.